Alten Langspielplatten raus hier. Ah ne. Die are a little bit silly hier. Ey. Ey, ey. Ey, du. Swerge. Ja. Smöre, bröt, smöre, bröt, rum, bum, bum, bum. Äh, 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 äh. Äh, ne. Seht ihr Waterloo, ja? Können sich ihr Waterloo hier diagonal reinpfeifen, ja? Die haben doch, die haben doch einen Schuss nicht gehört, oder? Aber das, äh, mein, das kaufen dann die Influencer, die hier die Singshows machen, ne? Die können sich leicht, die stetsen es von der Steuer ab, ne? Aber jetzt muss ich mal schnell in den Laden gehen, ja? Schnell in den, oh, sag mal, bin Laden hier, Schnür hier. Angelschnür, ich brauch ne... Monophile-Schnur. Ne stärkere, ah, die kostet mich Schweinegel, da. What the bitch? Oh, let me have arsh. What the hell? Urgh. Yo, fuck you here. Ah, ich muss, ich hol mal die. Ich hol mal, ich hol die mal. Oh, scheiße, die wollte ich doch gar nicht, ne? Äh, die wollte ich doch gar nicht. Die wollte ich. Die 8, äh, die wollte ich kaufen. Scheiße. Scheiße. Äh, Inventar. Die Arrow. Die 8, ja. So, und da. Äh, abbrechen. Äh, Haken. Das? Das? Äh, Kunstköhler. Das? Lass die Drillingshaken. Alright. Oh, Anglerhuten. Die Arrow. Das war meine Arrow. Das war meine Arrow. Ich gehYEgal. WALERTI. Spinner. schemes. WALERTI. Haken Kunstköhler Spinner M20 Ja der Spinner M20 doch passt Passt So jetzt haben wir Chikimang Chikimang 70 Euro ist schon Schweinegeld Das grenzt schon an Frechheit Finde ich Finde ich Persönlich Ja 5 Uhr Besser geht ja die Uhrzeit nicht Besser geht ja die Uhrzeit wirklich nicht Ja Ich muss noch mal sehen. Das ist ein paar Acht. 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 Take your chance on me. Take your chance on me. Take your chance on me. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Was haben wir noch für einen? Ja, was ist so in der Tür? Das war's für heute. Magst du noch was? Nope. Obwohl man ja nicht so das Grundfischen hier ist, läuft eigentlich ganz gut, ist ja so ein Grundfisch. Oder? Ich habe den Schrauben. Ich habe das Gefühl, dass die Schrauben nicht so viele werden. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe. Ich bin der Schrauben. Ich bin der Schrauben. Ich bin der Schrauben, die Schrauben nicht die Schrauben. Es war fast, 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 fast. Verarscht. Rot. Schreck. Schreck. Aber läuft ja. Kann man im Moment nicht so richtig klagen. Im Moment. Alles zu dir. Machen wir hier. Ja. Zunächst mal noch raus machen. Wir kriegen ja den Hals nicht voll genug. Naja. No. So. Voll der Stress, oder? Mach mal in. Mach mal. Ich mach dem andern Kuh. Andern Kuh. Geronimo. 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 Jemand Illustration. Don-don't stress an old man. der von vorhin der ärgert mich noch ja das und jetzt will keiner beißen auf meine spinnenrude not so fine from you du 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 Jetzt will er mich verarschen, ja, jetzt wird er mich verarschen. Trickscheu. Aber warte nur, dirgib ich. Kann nicht immer funktionieren. Nein. Ich weiß nicht, da ist zu viel, der Wind, der Wind, der Scheiße. Da hinten stresst es auch wieder. Hallo? Überall Stressung hier. Ja, ich komm gleich. Ich kann mich ja nicht schließen, jetzt verreisen. Ja, jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Du gehörst mir her. Oh ja, geht. Gietzoo. 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 Ja, hallo. Ja, hallo. Gietzoo. 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 Au, 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 bagge, au, bagge, au, bagge. Oh, oh, was kommt da großes? Ja, geh mal nicht auf den Sack mit deiner Glocke jetzt. Ich bin hier im Infight. Das ist was größeres. Komm bei mich, komm bei mich, komm bei mich. 1,8. Hau es doch her. Don't make stress with the old man here, you know. Holy shit, I'm coming. Jo, da dreht ja das Rädchen ab. Dauereinsatz, so wie es sein soll, ne. Da kommen wir ja jetzt gleich auf Level 10. Wir nähern uns. Jetzt spiele ich über 2 Stunden und dann habe ich gerade mal ein Level geschafft. Aber nur weil ich gute Fische gefangen habe. Also Minimum 2-3 Stunden für ein neues Level. Schon deftig, ne. Schon deftig, ne. Genau. Säger. 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 Sollte Ah, fast oder was? Feuer Willst du mich jetzt veröffentlicht? Ich schaue mir nicht noch mehr Bremse rein zu machen. Ich kann halt nur noch mehr Bremse rein machen, weil meine Reden ja nicht gehen. Ja, das war's. Dies war's. Wahrscheinlich hat er's ja auch nur verhackt. Scheiße, dass ich... Oh, er hat jetzt wohl kein Gusschen hier. Dies war heut nicht mein Tag. Alles auf, liebe Spieler. Das war's. Kacke. Ja. Ah, daaaannn. Ah, ich glaub die Leute sind alle begeistert. Ich glaub die Leute sind alle begeistert. Ich glaub schon. FASCINATED. 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 FISCH. FISCH. Höhöh. FASCINATED. 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 GUSTAF. Hier kommt's nix, gell? Nix, so wichtig! Wir wollen hier. Wir wollen hier. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Der ist zu klein viel, gell? Gehen wir in die andere Richtung. Und dann versuchen wir, versuchen wir. Und ich versuche... und ich versuche... Ich kann nicht gut gehen. Nein, nein, nein. Aber kaum habe ich dich recht sturtretten. Ah... Inventar... Äh... Kunstköder? Ah, die schwarze habe ich da dran. Ah, alright. Mal, ah... Ach so, aus der Höhe. Ich bin der Höhe. Sorry, baby. Sorry, baby, ich hab mein Telefon. Nichts 티, nichts. Tschüss! Nein, nein, nein... Nein, nein... Wir müssen die Reposition nochmal verändern. Vielleicht verfehle ich das Position mal. Na ja, ich glaub, ich glaub, ich glaub, ich sollte mal hier die Position hier ändern. Mal woanders hingehen. Alle Anlaufplätzchen. Und da mal jetzt Glück probieren. Okay. 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 Well, okay. Ich würde ja gerne runter gehen, aber ich gehe nicht. Das Thema hat sich eh erledigt. Es hat sich erledigt. Essen sollte ich mal. Ich habe keine Kraft mehr anscheiden. Nein, die waren weg. Vier, da war es vier. Ich bin zwei weg. Ich habe das Ding echte Problemetik. Ich schasse das Ding an. Ich bin zwei weg, die ich habe. Ich habe das Ding. Wird etwas so sein. Ich habe das Ding wie ich. Die haben mal einen Fischmarkt Verkaufen wir den Fisch hier Oh, sieben hat er gebracht Er hat ja auch einen Haufen Geld für die scheiß Angelschnur und die Haken ausgegeben Schnellen Happen essen gehen Damit wir hier wieder gestärkt herangehen An die ganze Moll-Lumpe hier Jetzt hatte ich gedacht, ich komme eventuell noch auf Level 10 in der Session Aber vielleicht nicht so richtig So, dann holen wir den 4er raus Kann ich den hinschellen? Jo, nice Dann holen wir noch den 1er Guck mal Ob wir Glück haben Oder nicht Hier Da 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 Lo Wohl nicht so richtig, ne? Jetzt noch ein bisschen für eine Flaute, eine kleine, aber davon lassen wir uns ja nicht unterkriegen, ne? Kann ja nur schlechter werden, oder? Kann es be, kann es be, kann es be, kann es be, all I want to whisper, kann es be? Ne, landby, 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 landby. Der ältere Herr spielt ja da, gell? Auf was für ne Tiefe bin ich da eigentlich? Oder ob die auf mein Moskito da ansprechen? Oder ich geh mal ein bisschen tiefer. Ich geh mal auf einen halben Meter. Mal schauen ja, er ist fast schon ein bisschen zu tief. Ich ab. Ich schreib's. Ich ab. Ich habe die Rei, ich habe die Rei. Dann gibt's der Rei. Welle 3, sagen wir mal, wenn gar nichts geht, ja. Weit, weit weg hier, hallo, hau nicht hier ab, mein kleiner Freund. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen zu tief, ja. Gehen wir mal auf 32. Gehen wir mal auf 32. Ja. Nope. Ich bin weg, ich bin weg. Ich bin weg, ich bin weg. Und ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Schwein. Die Minuten. Oh Fisch, Fisch, Fisch. Na, haben wir schon einen. Righty righty. Ich kauf mir... Wie? Jetzt ist mein schöner Köder weg. Der Spinner 2. Du kleine Dreckssage. So ein Arsch, oder? Jetzt hab ich schon hier... Ich kauf per Haufen Geld hier so eine scheiß Schnur. Und dann beißt er sie durch, oder was? Ich freu mich schon. Ja, geil. Fisch, Fisch. Jo, Fisch. Am Arsch hast du Fisch. Da lacht sich ein Arsch. In der Fasen kannst du mich selber, ja. Oh, das kannst du mich selber. War nicht. Das ist jetzt ärgerlich, ne? Dass mein... ...mein Köderli weg ist. Ah, mal nur ein bisschen anfüttern. Ja, das kann ich auch machen. Ja, das kann ich auch machen. Ich habe mal meine Hände. Das war's für heute. Das war's für heute. Hallo? Keine freie Hand, also? Schießdreck, keine freie Hand. Arsch, Arsch. Das war's für heute. Ach ja. So ist's, Leute. Wollt ich da wieder was singen? Hallo, hallo. Turn your radio on. Is there anybody out there? Can you sing my song? Oh, die hab ich ja da hinten. Ach, scheiße. Die hab ich ja da hinten. Die hab ich da hinten. Ja, ich muss stehen in der... in der Pumper. Really? Okay. Dann. 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 Jetzt hat er mich verarscht. Ist er mir von der Angel gesprungen? Das kann ja wohl nicht sein, oder? Ah, so ne mischt man halt, oder? Ah, so ne mischt man halt. Damn. Die Schlittfeer. Ich will doch Level 10 verdammt bekommen. Ich will doch Level 10 verdammt bekommen. Schalder. Schockgiselle. 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 Die Angeldurchfall ist mir nicht nur. Dann beiß ich zurück. Wie lange noch? 10 Minutes. Schockgiselle. Schockgiselle. Die Schockgiselle. Schockgir. ... ... ... ... ... die feuer abbruch abbruch Abbruch. Dann werde ich auf jeden Fall noch in den Angel-Shop gehen. Lieber staunen wir mal. Was ist zu weit weg? Oh, geht's zu weit weg? Bin ich bekippt oder was? Sieben Minuten. Wo sind die ganzen Angler heute? Nur Angel-Kollegas. Nur Angel-Kollegas. Nur Angel-Kollegas. Tempel, Du. 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 Du 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 du. Du 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 du. Du. Und Leila. Ich habe noch einen kleinen Schub. Sooo, up in the way. Zurück in Hidoc City. Telefon. Bieberinsel, ach so, Bieberinsel, Bieberinsel. Ich kann das doch nicht lesen hier, das ist doch klein hier. Ja, you know. Nix, nix. Naja, zwei, werinsel. So, na, man mag gucken, ja, eh. Angelrollen. Boah, holy shit. Angelrouten, Stipprouten. Was haben wir da für Stipphut? Drei, zweihundert, oh, leck mich an de Tesch, äh, Tesch. Boah. Boah. Bäh. Ich glaub, ich nehm doch so, ich, ich kaufe mir so ne, äh, obwohl, nie, äh, Kunstköder. Spinner. Tiiiiiiiiiiiin. Ja, ich gönn mir mal, oder? Gönn ich mir was? Heavenkrieg? Ich glaube, ich kömmere mal, oder? Das ist in der Länge 13 auf 4 Gramm. Ah, Handgehrenfertigung von Spinnern erforderlich. Ach, leck mich am Arsch, du Bitsch. Ja, den kaufen wir. Der ist wieder ausverkauft. Der legt mich doch an den Tisch. Weißt du, was ich wieder will, ist, wenn er ausverkauft. Du kannst mir doch das Gerät blasen. Ja. Ausverkauft, ausverkauft. Hüppel bloß, hüppel bloß. Arschgeige. Na, kaum auch. Haken. Zwei Minuten, ich weiß. Klassische. Haken. Obst, der tag. Haar, vielleicht drillinge. Ich will noch drillinge holen. Klassische. Äh, Groß-1-Mittel. Dann haben wir den noch, den S1. Ja. Hm, scheint nicht so, yellow from the egg zu sein. Das ist der schon besser, oder? Jo. Nehmen wir den. Jo. Einen mittleren. Oder machen wir einen großen. Jo. Cash muss weg, ja. So, dann haben wir hier Inventor. Dann machen wir auch unser Stippe Stipp. Gleich mal hier die da drauf. This one. Yes, thank you. Alright. Aha. Und auch die. Natur-Sauer-Teig. Äh. Natur-Sauer-Teig. Natur-Pörner. Machen wir. Oha. Den Honig-Teig. So schaut's aus. Ich will doch auf Level 10 kommen. Verdammte Scheiße. I will go to the Level 10. Das müssen wir machen. Es gibt Demos, es gibt gar keine. Und bei Square Enix, was ich noch habe, kommt auch nichts Neues im Epic Store. No. 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 No.